Wir finden einfach einen Verband. Nicht unbedingt das Beste, aber besser als nichts, würde ich mal sagen. Also hat diese dreimal verfluchte Schatzhändlerin, die uns ja in den Tod locken wollte, mehr Dreck am Stecken, als wir zuerst vermutet haben. Sehr unschön, na gut. Jetzt erstmal wieder raus hier. Aber selbst diese Schatzhöhle hier, der Ausgang vor allem, sehen wieder sehr toll aus. Aber gut, wir sind hier jetzt ziemlich weit im Osten. Dann gehen wir mal weiter nach Osten und suchen den Steinkreis. Der soll ja angeblich hier irgendwo sein. Schnellreisepunkt nördlicher Wald. Das da oben sieht wie der Steinkreis aus. Feuer fliegen. Okay, ich denke mal, was immer hier die Sachen zum Spawnen bringt, es sind... Äh, keine Munition, ist nicht so gut. Es sind nicht die... Es ist nicht vom Schatzquest abhängig. Oh, Einbeeren. Auch wenn ich jetzt wieder ziemlich viele Einbeersäfte habe, aber die kommen mit. Einbeeren sind immer willkommen. Und ein Braunbär. Ein Braunbär ist kein normaler, einfacher Gegner, meiner Meinung nach. Vielleicht bewacht, sowas. Und ja, das war jetzt gerade nicht sehr rollenspieltypisch, was ich von mir gegeben habe. Aber ich denke einfach mal... Ich sage einfach mal, der ist uns bei der Erkundung in die Quere gekommen. Beziehungsweise, Fogrim wollte sich einfach mit ihm messen. Und er schmeißt Quar nur nochmal um, bevor er auf die Bretter geht. So, Feiris ihn mal zerlegen. Das klingt so brutal. Hier ist auf jeden Fall noch Zunderschwamm. Sehr schön. Und ein Beeren. Gut. Also, ich weiß immer noch nicht, wo ich die eine Erkundung herbekommen soll. Ne, die Feuerfliegen, die ignorieren wir mal. Gullmond, Gullmond. Zunderschwamm, Gullmond. Vielleicht habe ich im Jagdrevier Glück. Ja, Frau Grimm ist von mir nicht ganz hoch geheilt, aber... ...mit dem einen Wildschwein... ...werden wir ja leicht fertig, oder? Wer noch einen Lebenspunkt hat es... Gut. Dann Feiris es gleich mal. Plündern. Und wir haben hier noch mehr Gullmond und Zunderschwamm. Ach, warum zähle ich den Gullmond auf? Den brauche ich eigentlich gar nicht. Ich brauche eher den Zunderschwamm. Wo ich den eigentlich... Ah, hier ist nur Gullmond. Was will ich denn hier mit dem Gullmond? Ich will da drüben an den Zunderschwamm kommen. Und der Rest kann auch ruhig mal mitkommen. Okay, das ist richtig offensichtlich, dass er Hilfe braucht. Hallo, ihr dort. Könnt ihr mir bitte helfen? Irgendetwas hält mich hier fest. Ja, wahrscheinlich der Steinkreis. Aber gucken wir mal. Seid ihr not? Oh, ihr habt schon mit Meister Rakorium gesprochen. Ja, ich bin sein Schüler. Allerdings heiße ich Ungfried, nicht Nottl. Der Meister nennt mich nur so, weil es wohl... ... einfacher ist. Mhm. Kann ich mir denken. Wie, euer Meister kann sich ihren richtigen Namen nicht merken? Ja, halten wir etwas Smalltalk in der Situation. Nun, Nottl war der Name von Meister Rakoriums erstem Lehrling. Und der Einfachheit halber nennt er seitdem alle seine Skolaren so. Ähm, als Spektabilität ist er eben sehr beschäftigt. Ja, er ist sehr spektabel. Äh, Rakorium sucht euch. Der Mutter der Weisheit sei Dank. Ich war mir nicht mal sicher, dass er schon gemerkt hat, dass ich nicht mehr da bin. Könntet ihr mir helfen? Sonst stehe ich hier wohl noch die ganze Nacht. Wir werden es mit hinsetzen, aber ich glaube nicht mehr das geht wahrscheinlich. Was ist passiert? Ich sollte mir diesen Steinkreis ansehen. Im Kompendium wunderwirksamer Steine wird er als außergewöhnliches Exemplar beschrieben. Er ähnelt Werken zwergischer Geoden, ist aber wohl noch älter. Äh, werde ich jetzt mit so einem Stonehenge-Truinen verglichen. Auf dem Weg hierher sind mir merkwürdige magische Fallen aufgefallen. Offenbar eine Art gebundener Transversalis. Am Steinkreis selbst war eine starke magische Spannung zu spüren. Sehr seltsam. Ja, die Hirsche haben hier definitiv was dagegen, auch wenn sie einfach so an ihm vorbeiratschen. Ich sprach ein Analyse auf die Steine und dabei muss es zu einer Art Rückkopplung gekommen sein. Die Arkanenströme fließen nun durch mich hindurch und halten mich hier fest. Äh, hört ihr noch zu? Äh, ja, wie kann ich euch helfen? Zwischen diesen Steinen hier hat sich eine magische Matrix aufgebaut, die mich daran hindert, diesen Ort zu verlassen. Ihr müsst einen Weg finden, den Zufluss an magischen Energien zu unterbrechen. Äh, ja. Ich glaube, dass die Quelle dieser Energien irgendwo unterhalb dieses Steinkreises liegt. Auf dem Weg hierher kam ich an einem Höhleneingang vorbei. Vielleicht findet ihr dort etwas. Okay, noch eine Höhle. Aber ich bin sicher, dass euch mein Meister Rakorium da weiterhelfen kann. Er ist ein Experte der Verwandlungsmagie. Bitte, geht zu ihm und bittet ihn euch zu helfen. Sucht in der Höhle nach der Quelle der magischen Ströme und versucht sie zu schließen. Okay. Das hier ist die Höhle, die vor dem Felsen blockiert wird. Da hoch können wir nicht. Wir können uns nur die herrliche Landschaft ansehen. Und ja, ich mach's schon wieder, ich weiß. Aber gut. Das heißt, wir sind jetzt erst einmal zurück zum Schnellreisepunkt. Dann zurück zum Meister Rakorium. Oder wir nochmal. Rakorium. Ja. Und hier festhängen, weil wir um den Baum rumlaufen müssen. Selbst hier ist ein schöner Fluss, der in die Dunkelheit wendet. Sieht ungemütlich aus in der Richtung. In der Richtung sieht schön aus. Aber ich denke mal, bevor wir jetzt hier... Obwohl, ich reise gleich zurück. So. So, Meister Rakorium. Ja. Oh, da bist du ja wieder... Hast du Nottel gefunden? Ja, habe ich. Aber bewegen konnte sich nicht. Ich habe Nottel gefunden. Das ist gut. Ja. Wo ist der denn? Hast du ihn nicht dabei? Sieht man das nicht? Nottel ist fest, er sagt, ihr könntet mir hervorrufen. Wir helfen, ihn zu befreien. Tut mir leid, aber ihr könnt doch jetzt nicht einfach hier weggehen. Wir müssen doch erst den Zoll klären. Richtig. Die beiden Herren wollten ja auch noch ihre Angelegenheit mit mir beschreiben. Dann muss ich wohl erst mal hier bleiben. Das gebietet schließlich die Höflichkeit. Das ist jetzt eine Zwickmühle. Er kann den Zoll nicht klären, weil er zu verpeilt ist. Das kann nur sein Novize. Aber der sitzt ja fest. Und um ihn loszukriegen, müssen wir ihn von hier wegkriegen. Kannst du nicht zu lange gehen und ihn befreien? Wie sitzt er denn fest? Äh, okay, Magie-Kunde-Kuano. Zum Glück kannte er das. Er scheint an die magische Matrix des Steinkreises gewohnt worden zu sein. Ist dort sozusagen ein lebender Bestandteil der Magie dort geworden. Die Quelle scheint sich irgendwo unterhalb des Steinkreises zu befinden. Nun, um die Bindung zu brechen, muss man nur die Spannungen in der Quelle auflösen. Dazu geht man am besten zum Ursprung der magischen Energie. So weit waren wir auch schon, aber da ist ein großer Felsen im Weg. Also mehrmals ordentlich dagegen hauen. Ich gehe besser die Höhle aufsuchen. Oh, okay. Geht da eine Höhle. Oh, das ist die Höhle ist woanders als gedacht. Ne, das war ein Hirsch. Ich dachte schon da hinten, wäre vielleicht wieder Wölfe. Hier wäre die Höhle, mit der wir den Felsen weghauen können. Ah, jetzt kommt das Maragd-Spinnen. Äh, nein, halt. Das wollte ich. Pfeiris, äh. Und ja, das ist wirklich irgendwie... Pfeiris ist vergiftet und bewusstlos. Jetzt ist es zum Glück nicht mehr. Ah, ja. Das sind nur ein paar Smaragd-Spinnen. Die sind zum Glück nicht so heftig, aber wahrscheinlich kommt da noch was heftigeres. Ja, ich höre schon auf. Etwas Schlimmeres auf uns zu. So. Und schwupps sind wir den Schutt weg. Und Qualo wollte gerade irgendwas sagen, was wir übersprungen haben. Entschuldigung. Aber können wir ja gleich nochmal nachlesen. Steht's noch? Nein, steht leider nicht, weil neu geladen wurde. Okay, da ist der Ausgang. Äh, du siehst mir komisch aus. Wer bist du denn? Was? Wer seid ihr? Was macht ihr hier unten? Hat er euch geschickt? Wer bist du und wer ist er? Hier ist... Hier haben sie ein Freizeichen vergessen. Also, ich bin Benoir und ich suche eine Quelle magischer Energien in dieser Höhle. Magische Energien? Meint ihr unser Ritual? Es ist gestört worden. Wochenlange Vorbereitung und dann spielt plötzlich jemand oben an den Steinen herum. Bestimmt hatte er da seine Hand im Spiel. Seitdem unser Ritual unterbrochen wurde, fällt er mir andauernd in den Rücken. Wer will mit allen Mitteln verhindern, dass ich es zu Ende bringe. Ständig versteckt er die Komponenten. Wer ist er? Er dürft seinen Lügen keinen Glauben schenken. Ihm ist nicht zu trauen. Das ist doch offensichtlich. Helft lieber mir, die Zutaten zu finden. Wer seid ihr? Ich bin Maravamir Eielburum. Magier und erforscher Arcana-Geheimnisse. Das Ritual, das ich vorbereitet habe, muss beendet werden. Er darf keinen Erfolg haben. Wer ist er? Er war einst mein Gefährte. Aber nun hat er sein wahres Gesicht gezeigt. Böse und gewissenlos bis ins Mark. Am liebsten würde er mich wohl vernichten. Er darf sein Ziel nicht erreichen. Na, das sagt uns gerade viel. Ich muss schnell weiter. Wenn ihr die Komponenten habt, bringt sie zu mir. Ich warte in der Steinkarsöle auf euch. Und seid vorsichtig. Bestimmt hat er Fallen ausgelegt. Transversaris. Äh, was für Komponenten bitte. Okay, das ist der Geist, den wir gefunden haben. Okay, wir haben zwei Zauberer. Äh, was auch immer das gerade war. Es sind auf einmal Rackspinnen aufgetaucht. Hilfe. Ja, weichen. Achtung. Ja. Bei ein Schmarrn. Äh, das lässt mich die beiden mal ordentlich Sternstamp werfen. Okay, die Smaragdspinne ist lästig. Ja, weichen. Bring schnell die Kleinen um. Ich brauche ganz dringend Vorkringen hier. Angriff! Was? Ah, ja. Was? Ja! Komm, sie hat drei Wunden. Jetzt dürfte man sie tot kriegen. Okay, wir haben eine merkwürdige Knolle erhalten. Das ist wohl die erste Komponente. Und die große Smaragdspinne, die häuten wir lieber. Mal sehen, was sie gibt. Das war ja nicht so schwer. Leute trainiert dich! Ich hab schon gut? Wie ist ja, meine Frau? Warrerr, du währ regenmoment. Vielen Dank.